Heute stellen wir Ihnen ein aktuelles systematisches Review und Meta-Analyse von Turgeon Coworkers aus Intensive Care Medicine vor. Es geht um Langzeitoutcomes von Patienten mit ARDS und Unterstützung durch eine ECMO, ein systematisches Review und Meta-Analyse. Die extrakorporale Memoranoxygenierung ECMO wird zunehmend zur Unterstützung von Patienten mit schwerem akuten Atemnotsyndrom ARDS eingesetzt. Die Auswirkungen der ECMO auf die langfristigen Outcomes von Patienten mit schwerem ARDS sind unklar. Methodik. Es wurde eine Suche in der elektronischen Datenbank von Beginn der Datenbank an bis zum 17. Januar 2023 durchgeführt. Gewählt wurden klinische Studien, Beobachtungsstudien, die über Langzeitergebnisse von Patienten berichten, die mit ECMO bei ARDS behandelt wurden. Die gesundheitsbezogene Lebensqualität, Health-Related Quality of Life war der primäre Endpunkt. Zu den sekundären Ergebnissen Endpunkt gehörten die kognitive Funktion, die psychische Gesundheit, der funktionelle Status, die respiratorischen Symptome und die Rückkehr an den Arbeitsplatz. Hier die Ergebnisse. Von den 7.126 überprüften Referenzen wurden eine randomisierte klinische Studie und 31 Beobachtungsstudien eingeschlossen, von den 7 die konventionelle mechanische Beatmung im weiteren CMV abgekürzt mit der ECMO verglichen. Die Gesamtqualität der eingeschlossenen Studien war mäßig, wobei die meisten entweder von geringer 45% oder mittlerer 32% Qualität waren. Zwischen ECMO und konventionell beatmenden Patienten gab es keinen signifikanten Unterschied in der mit dem Shortform 36-Score gemessenen Health-Related Quality of Life, die Physical Component Score, PCS, Mittelunterschied 3,91, Konfidenz minus 6,22 bis 14,05 und die Mental Component Score, MCS, Mittelunterschied 1,33, Konfidenz minus 393 bis 6,60. Es gab keinen Unterschied zwischen ECMO und der Konventionell mechanischer Beatmung in Bezug auf kognitive Funktionen, psychische Gesundheit, Funktionen, Status und respiratorische Symptome, aber die für einen Vergleich verfügbaren Daten waren limitiert. Die ECMO-Überlebenden wiesen hohe Behinderungsraten auf 49% der Patienten, kehrten an ihren Arbeitsplatz zurück und 23% benötigten bei der Nachuntersuchung häusliche Unterstützung. Hier verschiedene Abbildungen aus der Arbeit, auswährende ECMO auf die physische Komponente Shortform 36-Score im Vergleich zur CMV in Studie mit einer Nachbeobachtungszeit von weniger als zwei Jahren. Dargestellt, dass die mittlere Differenz auf 95% Konfidenz und dabei, wir sehen hier die mittlere Differenz 3,91, Konfidenz minus 6,2 bis 14,05. Blicken wir auf die psychische Komponente, auch hier kein signifikanter Unterschied mit Differenz 1,33, minus 393 bis 6,60. Blicken wir auf den Anteil der Patienten, die in einer Nachbeobachtungszeit von weniger als zwei Jahren an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Kein Unterschied zwischen den beiden Verfahren ECMO versus konventionelle Beatmung, Odds Ratio 0,66, Konfidenz 0,29 bis 1,50. Hier auf die Angstkomponente des EQ5D, hier sehen wir einen doch Vorteil durch die konventionelle mechanische Beatmung, Odds Ratio 2,08, Konfidenz 1,06 bis 4,09. Hier Anteil der depressiven Symptome ECMO versus konventionelle mechanische Beatmung, kein signifikanter Unterschied, Odds Ratio 0,66, Konfidenz 0,29 bis 1,50. Hier die posttraumatische Stressbelastung, PTSD, Symptome, vergleich ECMO, CMV, kein Unterschied, Konfidenz bzw. Ost Ratio 0,66, Konfidenz 0,29 bis 1,50. Tech Home Message, ein signifikanter Anteil der Überlebenden von extrakorporalen Lebensunterstützungssystemen zeigt bei der langfristigen Nachbeobachtung schwerwiegende Folgen und Erscheinungen. Die Auswirkungen der ECLS, also der ECMO, auf diese Langzeitfolgen bleiben ungewiss, da es an hochwertigen Daten zu diesem Thema mangelt. Sehr ausführliche Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie aktuell Publikationen in Intensive Care Medizin.